Vor welchen wichtigen Herausforderungen steht die Wissenschaft im neuen Jahr? Tatsächlich sollten wir lernen aus dem, was wir jetzt erleben. Wenn man das Jahr 2020 noch mal erinnert, so sind wir doch biologische, verletzliche Wesen. Und meine größte Herausforderung sehe ich darin, tatsächlich aus dem zu lernen, was wir gesehen haben und Dinge besser zu machen, als wir sie bisher tun. Maßgeblich dazu gehört, sich mit der Krise unserer Mitwelt, mit dem gesamten Klimawandel zu befassen. Und über Covid hinweg zu blicken, zu wirklich brisanten Fragestellungen. Wir sind ja in der Humboldt diesbezüglich unterwegs mit Open Humboldt, dafür mehr zu tun, als wir nur in der Universität tun können. Und als Universität verändernd auch mit der Gesellschaft zusammenzuwirken. Und dafür machen wir Open Humboldt. Und das ist eigentlich mit eins der großen Projekte, was ich 2021 gerne voranbringen wollte. Wie lässt sich die Idee Open Humboldt kurz erklären? Das ist das Alte in neuem Gewand, die Humboldt als Gestalterin auch einer Zukunft. Es ist für uns eine Strategie, unsere Wissenschaft nach außen zu bringen und in ein Gespräch mit vielen, die sich dafür interessieren. Das Neue ist, dass wir auch aktiv mitnehmen, was tatsächlich die Antwort auf unsere Erkenntnisse, auf unsere Ergebnisse ist, um sie mit dem zu verbinden, was in den verschiedenen Disziplinen geschieht. Sei es jetzt in der medizinisch-biologischen Forschung, im Bereich tatsächlich der sich mit Umwelt befassenden Wissenschaften, in der Geografie bei Iris Thesis, in der Frage aber auch, wie wir tatsächlich unsere Werte und Normen anpassen müssen, angesichts der Krisen, die wir sehen. Warum brauchen wir diese Strategie? Um tatsächlich die Arbeit mit denen, für die wir sie tun, auch mit als ein Aufgabenfeld von Universität noch mal stärker ins Gedächtnis zu rufen und zu reaktivieren. Alle Wissenschaftler einer Universität sind daraufhin erzogen und ausgewählt, rein in der Wissenschaft sich zu profilieren. Und das Neue ist tatsächlich, dass auch das Sich-Vermitteln nach außen und das Ernstnehmen des Responses von außen aktiv mit integriert wird in die wissenschaftliche Arbeit. Das Jahr hat mit harten, Corona-bedingten Einschränkungen begonnen. Wann wird die Humboldt-Universität wieder in den Normalbetrieb übergehen? Ja, das erfordert jetzt den Blick in die Glaskugel. Ich glaube, richtig seriös weiß es im Moment niemand. Auf jeden Fall wird es im Frühsommer besser werden. Wir wissen, dass beispielsweise öffentliche Veranstaltungen erst mit besser werdendem Wetter zum Frühjahr überhaupt erst wieder denkbar sind. Und so lange müssen wir ausharren. Den Winterschlaf als kreative Schaffenspause nutzen und uns ganz systematisch vorbereiten. Tatsächlich aus dem, was wir jetzt erleben, zu lernen für die Zukunft. Digitaler zu werden und uns auch zu transformieren für ein Überleben, ein Leben mit all dem, was wir jetzt auch erleben für die nächsten Jahre. Dankeschön. Gerne.